Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 mit der Heroik-Mod im Live-Let's-Play. Empton Roads. Wir kriegen das Not-Kommando. Ich bin mal gespannt, ob das spielbar ist überhaupt, weil ich habe irgendwie Angst vor dem gegnerischen Kommando. Ah, wir werden es sehen. Dringen Sie in Empton Roads Naval Base ein. Damit wäre der größte GDI-Hafen lahmgelegt. Inzwischen landen wir mit Nachschubtruppen an allen Küstenabschnitten. Das wird ein schöner Anblick, glauben Sie mir. Wir haben Befehl, den größten Flottenstützpunkt der USA zu erobern und einen Flugzeugträger der GDI zu versenken. Sobald die Bruderschaft Empton Roads kontrolliert, können wir unsere Offensive in dieser blauen Zone mit zusätzlichen Einheiten unterstützen. Wer plant für diese Operation ist ein Geniestreich. Wir haben ein Kommando mit einem Frachtcontainer in den Hafen eingeschleust. Versenken Sie mit dieser Elite-Einheit den angedockten Flugzeugträger. Sobald der Träger außer Gefecht ist, schicken wir Ihnen Truppen für die Eroberung des Hafens. Und noch etwas. Wir haben auch einen Saboteur eingeschleust. Allerdings ist der Kontakt zu ihm vor einigen Stunden abgebrochen. Wenn Sie ihn finden, nutzen Sie seine Fähigkeiten. Empfange Nachricht. Solange Langley unter Beschuss steht, erfolgt die Luftsicherung der Ostküste ausschließlich über die GDS Pave. Wenn wir sie zerstören, haben wir die absolute Lufthoheit und können die Bruderschaft aus der Luft unterstützen. Patrouille nähert sich. Wie ist der Plan? Na dann, ich bin mal gespannt. Positiv. Wirke vor. Einheit wird angegriffen. Die Bären-Worfer war das ja echt ein Krampf mit der. Die auf Star einfach so viel schneller drausschießt, ne? Alter. Okay, da drinnen hat sie ihren normalen Angriff anscheinend, okay. Das war bei der... Ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, welcher Mord das war. Das war auch so. Erst als sie da in dem Ding hier drin war, hat die... Ich glaube, das war bei Help and Rolls von der GDI. Da hat man erst gesehen, was das Kommando richtig kann. Und übrigens lustig, die Schatten. Natürlich bin ich bereit. Ich arbeite allein. Okay. Einheit befördert. Ich verstehe. Also, okay. Drücke vor. Einheit wird angegriffen. Ist er der Nächste? Genau mein Team. Lassen Sie sich Zeit. Na dann. Viel Spaß. Äh, geht nicht. Die wollen... Die sind einzeln allesamt, okay. Ja, ich bin hier. Wir müssen noch aus dem Land jagen. Der gefällt mir. Einheit wird angegriffen. Wie ist der Plan? Ey. Drücke vor. So, komm mal mit. Weil sich das Kommando erdenkt. Die werden sich wundern. Komm her. Du wirst so untergehen. Das... Habe ich jetzt nicht erwartet. Ein Schuss. Persönliche Zustellung. Rücke vor. Ich verstehe. Feindliche Basis in Sicht. Rücke vor. Erkennungsbeziehende Erstärkungen sind eingetroffen. Ich verstehe. Okay. Rücke vor. Muss trotzdem noch erst aufhält werden. Okay. Feindliche Einheiten in Sicht. Natürlich bin ich bereit. Empfange Nachricht. Die GDI kontrolliert über das Büro der Hafenbehörde diesen Hafen. Zerstören Sie dieses Gebäude, um das zu ändern. Alles klar. Anhalt befördert. Jetzt ist er Hilt. Wir können die Scharfschützen mit unseren Sensoren orten. Der gefällt mir. Geheimdienstdaten aktualisiert. Rücke vor. So, mit dir will ich hier runter. Okay. Einheit wird angegriffen. Neues Oberstzieher. Von der Deckung. Deckung. Ach, den Schaden. Schießen Sie los. Okay. Alles ruhig. Na klar. Okay. Ja. Wir haben Sie auf dem Radar. Okay. Erfassen Sie. So, alles um dahin. Okay. Roger. Verstanden. Wir greifen an. Einheit wird angegriffen. Ja. Das AMX Schnuckelchen. Ich gehe rein. Du gehst da rein. Ich weiche auf Feuer. Wird schon schief gehen. Da haben Sie ein bisschen was an Masse. Ich warte. Ohne Deckung. Ohne Deckung. Ohne Deckung. Ohne Deckung. Ohne Deckung. Ja komm schiefs. Ohne Deckung. Verbrennen Sie alle. Ohne Deckung. Also. Kinderspiel. Mach´s gut. Ja. Seid schmerzhaft. Aus unbekannten Gründen. Mit freundlichen Grüßen. Rücke vor. Alles ruhig. Erfasse Ziel. Entschuldigt die Sauerei. Ich verstehe. Ok. Kurzer Exitus. Rücke vor. Irgendwas gesehen? Einheit wird angegriffen. Koordinaten erfasst. Ich bin gleich dort. Ja, ich bin hier. Auf Patrouille. So komplett. Also. Ich erledige das. Patrouille bereit. Ich kenne den Weg. Hier komm´s auch runter. Alles ruhig. Roger. Na klar. Ich arbeite allein. Ich brauche, Sie kennenzulernen. Ein Ziel. Sein will ist... Na dann. Rein hier. Gutes was zerstören. Wir sind auserwählt. Jetzt. Wir sind auserwählt. Die Zeit ist reif. Sein Wille ist mit uns. Seht Ihre Schwäche. Das ist unsere Prüfung. Unsere Zeit ist ins Wille. Die Bruderschaft hat gesprochen. Sein Wille ist mit uns. Was gibt's? Das war knapp. Alles ruhig. Ja. Okay. Ist der der Nächste? Positiv. Einheit wird angegriffen. Der gefällt mir. Gebäude besetzt. Ich habe das Ziel erreicht. Na dann. Da rein. Da raus. Betrefft eh nicht. Einsatz. Natürlich bin ich bereit. Alles gut. Mission erfolgreich. Bekommen. Bitte Amix. Ich habe auf sie aufgepasst. Sehr schön. Das war's mit Heavenroads. Vielen Dank für's Zusehen. Falls ihr euch nach Bad gefallen habt, lasst doch ein Like da. Und wir hören uns bei Washington DC in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.